Ich weiß nicht, ne, ist klar. Ciao. Lena, wenn ich sehe, wie du auf deinen Pedalen stehst. Wenn ich sehe, wie du auf deinen Pedalen stehst, wenn ich sehe, wie du auf deinen Pedalen stehst, wenn ich sehe, wie du auf deinen Pedalen stehst, wenn ich sehe, wie du auf deinen Pedalen stehst, denn ich sehe, wie du auf deinen Pedalen stehst, Was? Okay. Aber heute wird das kein Meer. Ich glaube, ich werde nachher mit meiner Freundin Chino fahren. Ja, warte wohl. Vorsicht! Machen wir auch nicht. Bastian ist 37. Hallo. 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 Mein Laden war im Tausend. Bastian, du willst jetzt wieder hoch. Das ist ein G-Bike. Das ist ein G-Bike. Das ist ein G-Bike. Das ist ein G-Bike. Da muss ich aber auch... Ja. Das ist ein G-Bike. Das ist ein G-Bike. Das ist ein G-Bike. Untertitelung des ZDF, 2020